Nachdenkseiten Die kritische Website Nur die Guten dürfen Naziterror relativieren Ein Kommentar von Tobias Riegel Ein Politologe, der unwidersprochen AfD und BSW in die Nähe von Parteiflügeln der NSDAP rückt. Ampelpolitiker, die politische Konkurrenten in eine Linie mit Josef Goebbels stellen. Magazine mit den hier im Titelbild präsentierten Motiven und so weiter. Die Guten dürfen den historischen Naziterror unbehelligt relativieren und seine Symbolik ausschlachten. Aber wehe, man zieht ähnliche Vergleiche etwa bezüglich der Corona-Politik. Eine bemerkenswerte Verhandlung soll laut einem Bericht der Berliner Zeitung dieser Tage im Berliner Kammergericht vonstatten gehen. Es geht, so der Artikel, um die Frage, in welcher Form bei Regierungskritik ein Hakenkreuz verwendet werden darf. Das Zeigen des Hakenkreuzes ist eigentlich verboten. Wie auch der Artikel feststellt, darf das Symbol aber zu satirischen, journalistischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Zwecken verwendet werden, wenn es dokumentierend und nicht verherrlichend im Sinne der NS-Propaganda verwendet werde. Die Berliner Staatsanwaltschaft verfolgt den Publizisten C.J. Hopkins laut dem Bericht nun trotzdem bereits in zweiter Distanz wegen einer im Internet veröffentlichten Fotomontage. Ein Hakenkreuz, das unter einem medizinischen Mund-Nase-Schutz durchscheint. Dass mit dieser Grafik die Pandemie-Politik der Bundesregierung als totalitär kritisiert und nicht der Nazi-Terror positiv bewertet werden soll, das erscheint selbstverständlich. Eigentlich. Hopkins wurde dennoch angezeigt, so die Berliner Zeitung. Im Januar 2024 kam es demnach zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Damals wurde der Autor freigesprochen, darum nun der zweite Anlauf der Staatsanwaltschaft vom Berliner Kammergericht. Bei der Verhandlung im Januar habe die Staatsanwaltschaft immerhin klargestellt, dass nicht Hopkins politische Gesinnung zur Debatte stehe, sondern die Symbolik des Bildes an sich. Letztlich geht es um die Frage, ob sich auf Anhieb ergibt, dass auf eine Gegnerschaft des Autors gegen den Nationalsozialismus zu schließen ist. Für die damalige Richterin war die Antwort auf diese Frage offensichtlich. Wenn man sich auch nur ansatzweise eine Minute Gedanken macht, sei angesichts der Grafik klar, dass der Angeklagte damit eine innere Distanziertheit zum Nationalsozialismus ausdrücken wolle. Die Berliner Staatsanwaltschaft habe dagegen festgestellt, Zitat, dass der durchschnittliche Internetbenutzer sofort und ohne besonderen Interpretationsaufwand eine Ablehnung des Nationalsozialismus durch die Posts des Angeklagten erkennen kann, ist auszuschließen. Gute Hakenkreuze, schlechte Hakenkreuze Wie ist im Vergleich zu der hier beschriebenen missgünstigen Grundhaltung gegenüber Hopkins der staatsanwaltschaftliche Umgang mit den Magazinkovern von Spiegel und Stern, die im Titelbild gezeigt werden? Auch sie zeigen eindeutig Hakenkreuze. Auf Anfrage der Berliner Zeitung habe die Hamburger Staatsanwaltschaft mitgeteilt, es seien zwar zahlreiche Strafanzeigen gegen die beiden in Hamburg erscheinenden Magazine eingegangen, zu einem Ermittlungsverfahren habe das aber nicht geführt, weil ein Anfangsverdacht für eine Straftat nicht begründet werden konnte. Die Staatsanwaltschaft führte laut dem Bericht aus, dass das Hakenkreuz in diesen Fällen nicht zur Identifizierung mit rechtsextremistischem Gedankengut verwendet wurde und dass das Symbol im Zusammenhang mit der Vermittlung von Wissen und Informationen stand. BSW wie NSDAP? Ein anderer Vorgang. Handelt es sich, neben der schweren Beleidigung der Parteimitglieder, nicht um einen Fall von unredlicher Nazirelativierung, wenn man die neue Partei Bündnis Sarah Wagenknecht in die Nähe eines Flügels der NSDAP rückt, wie das gerade der Politologe Prof. Ulrich Menzel in einem Interview mit der Goslarischen Zeitung unwidersprochen getan hat? AfD und BSW erinnern mich an NSDAP-Flügel. Und wie ist die bereits ältere dämonisierende Darstellung von Ex-US-Präsident Donald Trump mit Hitlergruß zu beurteilen, ganz zu schweigen vom Niveau der US-Berichterstattung des Stern, das sich aus der Kombination der beiden Titelbilder ablesen lässt, eingefügt in den Artikel. Eine weitere Ebene bei der Frage der Nazi-Symbolik bilden die massiven Doppelstandards bezüglich der alarmistischen Beschreibung einer inländischen rechtsextremen Gefahr einerseits und der gleichzeitigen Verniedlichung von härtesten Neonazis, wie sie etwa bei Regimentern der ukrainischen Armee anzutreffen sind, einer Armee, die mit Unsummen von deutschen Steuergeldern unterstützt wird. Folgenlosigkeit hier, Hausdurchsuchungen dort. Auch aus den Reihen der Ampelkoalition gibt es Äußerungen, mit denen aktuelle Politiker in die Nähe des historischen Naziterrors gerückt werden sollen, was zum einen eine schwere Beleidigung und zum anderen in meinen Augen eine Relativierung des Terrors darstellt, siehe dazu etwa die Artikel Saskia Esken, Pseudo-Linke-Pöbeleien oder Nazis, die letzte Patrone der Ampel. Mir sind keine Konsequenzen bekannt, die solche Äußerungen nach sich gezogen hätten. Erinnern wir uns anlässlich dieser toleranten Haltung an Vorgänge während der Corona-Politik. Die Süddeutsche Zeitung berichtete im Sommer 2021 über folgenden Fall. Am Freitag haben Beamte bei einem 45 Jahre alten Münchner geklingelt und seine Wohnung durchsucht. Smartphones und Computer nahmen sie mit. Dem Mann wurde der Vorwurf der Volksverhetzung eröffnet. Auf seiner Facebook-Seite hatte er ein zweiteiliges Bild gepostet, auf dessen unterer Hälfte der Eingang des Konzentrationslagers Auschwitz mit den Worten Arbeit macht frei zu sehen war. Darüber eine Zeichnung mit Impfen macht frei, sowie eine Reihe von schwarz-uniformierten mit riesigen Spritzen in der Hand. Alles schon mal da gewesen, stand daneben. Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Das soll nun die Folge sein für diesen Post, der binnen weniger Tage 52 Mal geliked und 26 Mal kommentiert wurde. Die Generalstaatsanwaltschaft hat da genau mitgezählt. Zitat Ende. Auch in einem verlinkten Artikel vom Februar 2022 wird beschrieben, wie die Justiz damals in mehreren Bundesländern verstärkt gegen Holocaust-relativierende Symbole und Äußerungen bei Corona-Protesten vorgegangen sei, etwa weil dadurch der Straftatbestand der Volksverhetzung habe erfüllt sein können. Vielleicht wird das aktuelle Verfahren gegen C.J. Hopkins mit einem Freispruch enden, so wie auch einige der Verfahren wegen Nazi-Symbolik bei Corona-Protesten. Trotzdem bleibt eine starke Ungleichbehandlung bestehen. Zum einen in der Kommunikation nutzen Regierungskritiker eine solche drastische Symbolik, werden sie oft in einer negativen Berichterstattung in die Nähe der Holocaust-Relativierung oder Volksverhetzung gestellt, während etwa dem Spiegel oder manchen Politikern eher edle Motive und eine innere Distanz zur Nazi-Symbolik unterstellt werden. Zum anderen in der Rechtspraxis. Auch wenn am Ende möglicherweise Freisprüche zu erwarten sind, treffen die Anklagen und der potenziell einschüchternde Verfolgungswille so mancher Staatsanwaltschaften offensichtlich in selektiver Weise regierungskritische Bürger, wenn es um die kritische oder künstlerische Nutzung von Nazi-Symbolik geht. Was ist denn nun wann erlaubt und für wen? Problematisch an dieser Praxis mit zweierlei Maß zu messen ist auch, dass eine vorsätzliche Verwirrung darüber entstehen kann, was denn nun wann erlaubt ist und für wen. Es gibt ohnehin schon, unabhängig von den hier thematisierten Fragen, eine ungute aktuelle politische Tendenz, die Grenze zwischen dem eindeutigen Status juristisch verboten und wachsweichen Definitionen wie delegitimierend zu verunklaren. Der Nazi-Terror hat nicht mit Auschwitz begonnen. Darum ist es gemäß dem Grundsatz während den Anfängen auch legitim, den Nazi-Terror mahnend als extremen möglichen Endpunkt für etwaige aktuelle gesellschaftlich-politische Tendenzen zu benennen, auch wenn die betreffenden Zustände nicht den gleichen Charakter wie die der 1930er Jahre aufweisen. Das muss aber, wie gesagt, allen Seiten gleichermaßen gestattet sein. Ich bin kein Freund von Nazi-Vergleichen. Ich finde sie oft unangemessen und oder strategisch unklug. Sie sollten aber im Sinne der Meinungsfreiheit prinzipiell erlaubt sein. Für alle. Es ist einfach nicht akzeptabel, wenn bei der Beurteilung von Nazi-Relativierung oder der kritischen Nutzung von Nazi-Symbolik in der erlebten Form mit doppelten Standards gearbeitet wird. Für kurzfristige Gewinne im Meinungskampf werden dadurch wichtige Prinzipien der Gleichbehandlung beschädigt. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.